China kauft weiterhin kein Gold. Steigt dadurch die Gefahr einer Korrektur? Das schauen wir jetzt an. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und heute mal wieder was zu Gold. Denn Gold ist ja momentan eine der prächtigsten Anlageklassen, die man dieses Jahr haben konnte, weil sich der Kurs extrem gut entwickelt hat. Werfen wir gleich mal vorab. Einen Blick auf den Chart aus der Einblendung. Stammt von TradingView und zeigt euch mal den Verlauf des Goldpreises in US-Dollar. Und das Video, hier habt ihr auch den Preis dazu, beziehungsweise auch mal den Zeitstempel, nehme ich für euch am Donnerstagmittag auf. Das heißt, bis das Video online geht, kann sich noch ein bisschen was im Goldpreis verändern. Aber Stand jetzt notieren wir bei 2.517 US-Dollar. Ihr seht, dass der Goldpreis oben, das ist dieses rote Rechteck, das ich euch mal eingezeichnet habe, so in eine leichte Widerstandszone hier reinläuft. Und dass wir jetzt kurz davor stehen, dass entweder ein Ausbruch nach oben stattfindet, das heißt, dass diese Zone mit Schwung überwunden wird, oder dass der Goldpreis daran scheitert und den Rückwärtsgang einlegt. Ihr seht, unten habe ich euch mal eine grüne Zone neben einer roten Zone eingezeichnet. Das zeigt mal, in rot ist ein ehemaliger Widerstandsbereich, der dann zu einer Unterstützungszone wurde, so knapp unter 2.500 Dollar, also so bei 2.460 bis 2.480 Dollar. Sollte es da drunter gehen, seht ihr unten einen weiteren grünen Bereich. Das heißt, die nächste Auffanglinie wäre dann so bei 2.300 Dollar bis 2.280 Dollar. Aber Stand jetzt ist Gold in Dollar gemessen, kurz davor, neue Allzeithochs zu erreichen, wenn das Momentum anhält. Im Übrigen, auch hochspannend ist, dass der Goldpreis in Euro sehr, sehr stark ist. Noch eine Einblendung. Stammt ebenfalls aus der Chartplattform TradingView und zeigt euch mal den Verlauf des Goldpreises in Euro seit Beginn des Jahres. Und ihr seht hier diesen extrem starken Anstieg im März, im April. Und dann eine Korrektur, dann ist der Goldpreis etwas seitwärts gelaufen. Und jetzt jüngst haben wir auch in Euro wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Und wir stehen kurz davor, dass der Goldpreis auf Allzeithochs ausbricht, die er zuvor schon während des Tageshandels erreicht hat. Also da muss man immer unterscheiden. Der Goldpreis kann Allzeithochs auf Schlusskursbasis erreichen und natürlich Intraday während des Tageshandels. Auf Schlusskursbasis haben wir neues Allzeithoch. Im Intraday-Handel haben wir noch keins. Aber ihr seht schon anhand dieser Widerstandslinie, ähnlich geartet wie im Dollar-Bereich, wenn der Goldpreis weiterhin nach oben schiebt, dann werden wir auch in Kürze hier absolute neue Allzeithochs erreichen. Im Übrigen, Gold, was die Performance angeht. Ich hatte ja am Anfang gesagt oder vollmundig gesagt, Gold gehört aktuell zu einer der besten Anlageklassen in diesem Jahr. Noch eine Einblendung. Stammt von gold.de und zeigt euch auch mal die Entwicklung des Goldpreises Performance-basiert seit Beginn des Jahres. In Euro Zuwachs 22,28 Prozent, in Dollar 22,01 Prozent. Also beide fast gleich auf. Und das ist besonders, weil oftmals ist es so, wenn der Goldpreis in Dollar anzieht, für die Euro-Investoren nicht viel übrig bleibt. Dieses Jahr ist es aufgrund der Wechselkursentwicklung allerdings anders und auch aufgrund der beeindruckenden Stärke des Goldpreises, dass bei den Euro-Investoren wirklich eine deutliche zweistellige Rendite von über 22 Prozent übrig geblieben ist. Im Übrigen, auch der Silberpreis hat sich dieses Jahr gut entwickelt. Also viele sind ja, das sehe ich an den Videos, silberskeptisch. Aber man muss festhalten, Silber hat in diesem Jahr gut 20 Prozent zugelegt. Ist allerdings deutlich volatiler, deutlich gefährlicher in diesem Jahr als Gold. Das liegt daran, dass Silber eine Art Sonderstellung im Edelmetallbereich einnimmt. Dass bei Silber auch Sonderfaktoren dazukommen. Und genau diese Sonderfaktoren und was bei Silber jetzt nicht mehr passieren darf in diesem Jahr, habe ich bei ByTheDip mit Lars Erichsen und Timo Bautzus besprochen. Blende ich euch mal ein und Link direkt unten drunter. Ihr könnt direkt nach diesem Video in unsere aktuelle ByTheDip-Folge mal reinschauen, wenn euch interessiert, was wir über den weiteren Verlauf des Silberpreises denken. Aber zurück zu Gold. Ich habe euch die charttechnische Situation mal gezeigt. Und Gold steht entweder kurz davor, einen Ausbruch zu liefern oder in eine Korrekturphase überzugehen, wenn wir an diesen Widerstandsbereichen, die ich euch gezeigt habe, scheitern. Auch noch negativ aus fundamentaler Sicht ist, dass die Chinesen sich weiterhin vom Goldmarkt zurückhalten. Noch eine Einblendung. Es ist ein Artikel von Reuters und mal auf Deutsch übersetzt steht da drauf, dass die chinesische Zentralbank im August den vierten Monat in Folge ihre Goldkäufe ausgesetzt hat. Das heißt, das begann im Mai, im Juni, im Juli und im August, dass wir bisher keine offiziellen, richtig offiziellen Goldkäufe der Pippis Bank of China, also der chinesischen Zentralbank, gesehen haben. Gründe dafür, es gibt vielfältige Argumente dafür oder auch dagegen. Viele sagen, ja, der Goldpreis ist zu stark gestiegen, die Chinesen halten sich zurück. Ich habe da eine etwas andere Meinung, blende ich euch mal ein und verlinke ich euch unten drunter, habe ich in einem Video vor zwei Wochen mal dargelegt, dass die Pippis Bank of China oder auch die chinesische Regierung Art Signale aussendet an die eigene Bevölkerung und sagt, wir kaufen jetzt kein Gold, dann solltet ihr auch keins kaufen. Das hat so den Hintergrund, dass in China Anlageklassen wie der Immobilienmarkt, wie der Aktienmarkt stark leiden, dass die Chinesen in Gold flüchten. Und dieses Geld, was in Gold geht, geht natürlich nicht in die chinesischen Anlageklassen rein, führt dort nicht zu einer Stabilisierung und ist damit, ich will jetzt nicht sagen verloren, aber nicht von großem Nutzen für die Parteiführung in Peking. Und deswegen hat in meinen Augen auch die chinesische Führung ein valides Interesse. gewisse Signale zu senden, um den Goldmarkt schon irgendwo zu manipulieren. Also wenn ihr da vielleicht Hintergrundinfos haben wollt, klickt mal in das Video rein. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass es auch positive fundamentale Faktoren gibt. Die ETF-Nachfrage zieht beispielsweise wieder an, die Zinsen werden gesenkt, EZB hat eine Zinssenkung gemacht, zumindest jetzt, wo ich das Video für euch aufnehme. Da ist die Zinssenkung der EZB noch nicht raus. Also nagelt mich nicht fest, wenn sie nicht kommt, aber Christine Lagarde hat so viel Forward Guidance betrieben, also so viel ein Leiten oder ein Führen der Märkte übernommen, dass diese Zinssenkung der EZB ziemlich sicher ist. Die FED wird in der nächsten Woche die Zinsen senken. Das heißt, das ist natürlich positiv für Gold. Auch geopolitische Unsicherheiten sind positiv für Gold. Aber, dass die Chinesen nicht kaufen und das Gold-Chart technisch scheitern könnte, sind schon mal negativ. Und was auch noch dazu kommt, was zu einer möglichen Korrektur führen könnte, und da ist es mir wichtig, eine Korrektur für mich. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der allergrößte Gold-Fan, den es gibt. Aber man muss auch realistisch den Tatsachen ins Auge blicken und sagen, okay, wenn gewisse Situationen auftreten, dann kann auch der Preis mal zurückkommen. Das ist dann natürlich für langfristige Investoren, komme ich gleich noch drauf, eine interessante Nachkaufschance. Und so eine könnte sich bieten, denn der September ist für den Goldpreis zumindest in den letzten Jahren eher verhext. Noch eine Einblendung. Stammt von goldreporter.de. Übrigens sehr, sehr gute Seite. Bekommt ihr gute Informationen rund um Gold. Und ihr bekommt auch immer wieder sehr, sehr gute, detaillierte, saisonale Auswertungen. So wie diese hier. Und die zeigt euch mal die Performance seit 1970, also als der Goldpreis frei wurde und frei handeln konnte, wie sich der Goldpreis in US-Dollar im September entwickelt hat. Und ihr seht, wir hatten teilweise September-Monate in den 70ern, da ist der Goldpreis um 19,52% gestiegen. Wir hatten aber auch im September kurz davor, so Mitte der 70er, da ist der Goldpreis auch um 11,45% gefallen. Also hohe Volatilitäten, die auftreten können. Aber wenn ihr den Blick mal nach rechts unten schweifen lässt, so zu diesen kleineren Ausschlägen, dann seht ihr, dass der Goldpreis in den letzten zehn Jahren nur in einem Jahr, und das war 2016, angestiegen ist im September. Und das war ein minimaler Anstieg von 0,43%. In den anderen Monaten hatten wir Rücksetzer teilweise bis über 2%, was bedeutet, der September war in den letzten zehn Jahren in neun von zehn Fällen schwach. Und das bedeutet, dass wenn Gold jetzt scheitert an diesen charttechnischen Widerständen, wenn das Momentum rausgeht aus dem Markt, wenn dann so ein bisschen noch fundamentale Skepsis wieder reinkommt, was die Chinesen angeht, das ist immer wieder ein Thema, was dann aufkocht, wenn der Goldpreis schwächer wird. Und dann kommt noch die Gemengelage hin dazu, dass die saisonale Lage im September tendenziell schwächer ist. Dann bedeutet das, dass der Goldpreis einen Rücksetzer erfahren könnte. Ob 1%, 2% oder vielleicht sogar 5%, das werden wir dann sehen. Aber was ich euch damit sagen will, ist, Geld bereithalten für alle diejenigen, die Gold aufstocken wollen. Weil das könnte jetzt eine Nachkaufschance sein, in der Nähe der Allzeithochs, dass man da Gold wieder günstig aufsammelt und dann darauf wartet, dass der Ausbrauch auf neue Allzeithochs kommt. Da bin ich total überzeugt. Ich bin ja immer noch in dem Lager, dass ich mir sogar vorstellen kann in diesem Jahr, wenn wir an dem Markt noch größere Turbulenzen bekommen, dass wir sogar wieder in Richtung, oder was heißt wieder, dass wir überhaupt in Richtung 3.000 Dollar gehen. Wenn es nicht in diesem Jahr passiert, bin ich ziemlich überzeugt, dass es im nächsten Jahr passieren wird, weil einfach die Gesamtlage für Gold positiv ist. Aber auch wenn man positiv von einem Trend oder überzeugt ist, dann heißt das nicht, dass es am Schnürchen gezogen nach oben geht, sondern es wird immer Rücksetzer geben. Und diese Rücksetzer gilt es zu antizipieren, Geld bereit zu halten und dann natürlich auch den Mut zu haben, zuzuschlagen, wenn dieser Rücksetzer wirklich kommt. Deswegen, wir werden sehen, ob er kommt, aber schon mal Geld ein bisschen zusammenbringen, um dann im entscheidenden Moment zu kaufen. Das wird die Performance langfristig deutlich steigern. Das ist das, was ich seit über 20 Jahren bei Gold mache. Und deswegen schaue ich, obwohl ich ein großer Gold-Fan bin, immer nach negativen Entwicklungen, die eine Korrektur herbeirufen können, weil es dann eben besonders lukrativ ist, in Gold einzusteigen. So, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und vergesst nicht, bei By the Dipper reinzuschauen, wie unsere Meinung zu Silber ist. wie unsere Meinung zu Silber ist. Ich bin Sebastian Hell